Junge Frauen inszenieren sich auf Social Media als traditionelle Ehe- und Hausfrauen. Eine Expertin warnt vor dem Trend. Oh nein, das müssen wir stoppen, das müssen wir unterbinden, meine lieben Freunde, das kann ja nicht sein. Wir wollen nur noch Boss Bitches, Independent Girls, die, ja, keine Mütter und Hausfrauen mehr. Wo kommen wir denn da hin? Da haben wir wieder stabile Familien und so eine Sache, das wollen wir nicht. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction of Leon Love Vlog Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir, ich hab bei Palo Santo hier in der Hand, als ob ich eine Zigarre rauche, ne? Palo Santo, Digga, heiliges Holz zum Räuchern. Ich liebe euch. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Gio Unzensiert mal wieder. Das Video heißt Die Feminismusfalle. Was ist eine Frau? Da könnt ihr mal jetzt schon mal Stopp machen und einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben, was für euch eine Frau ist. Lustigerweise hab ich zu dem Thema auch eine Straßenumfrage gemacht hier in Tulum. Die wird auch bald online kommen. Ich hab mir vorgenommen, ich hab ein paar Straßenumfragen aufgenommen, hab mir vorgenommen, die bald hochzuladen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Ich bin gespannt, was ihr erzählt wird. Ich liebe euch. Daumen nach oben, Kommentarchen schreiben, Kanal abonnieren. Peter geht los, Digi. Und los! Neulich bin ich beim Zeitunglesen, ja. Ab und zu lese ich tatsächlich noch Zeitungen aus Papier über die... Das ist wild. Wer von euch liest Zeitungen eins in den Chat? ...artikel hier gestolpert. Junge Frauen inszenieren sich auf Social Media als traditionelle Ehe- und Hausfrauen. Eine Expertin warnt vor dem Trend. Oh, nein. Nein, Frauen präsentieren sich als traditionelle Ehe- und Hausfrauen. Das müssen wir stoppen. Das müssen wir unterbinden, mein Lieben, Freunde. Das kann ja nicht sein. Himmelswillen. Ehefrauen und Hausfrauen. Unvorstellbar wie... Wir wollen nur noch Boss-Bitches. Independent Girls. Die, ja. Keine Mütter und Hausfrauen mehr. Wo kommen wir denn da hin? Da haben wir wieder stabile Familien und so eine Sache. Das wollen wir nicht. So. Richtig. Gott sei Dank werden wir vor diesem Trend gewarnt. Was ich von dem Trend halte, vor Trends wie diesem zu warnen und was Treadwives überhaupt sind, darüber sprechen wir heute bei... Treadcons, ha? ...zensiert, wie immer natürlich unzensiert und ganz ohne Woke-Filter. Und los. Digga, die hat das von mir. Sag ich dir so, wie es ist, Digga. Und los, das ist von mir. Habe ich wieder meine Prägung dagelassen in der YouTube-Welt. Ich sag ehrlich, ne, Freunde. Ich find die Gio sehr sympathisch. Das Einzige, was ich ein bisschen unsympathisch finde, ist, dass die ja auf diesem Kanal... Neos. Dieses Neos-Ding ist ja von diesem Julian Reichelt so, ne. Und der, den find ich nicht so sympathisch, Bro. Gerade hab ich selbst ein paar Sachen gesehen, wo der auch über den einen Fußballer, der den Finger nach oben gehalten hat, dann gesagt hat, der ist ein Terrorist und so, dies, das. Obwohl das einfach der Finger ist, den Moslems machen, um zu zeigen, es gibt nur einen Gott mäßig. Da war ich ein bisschen so, äh, diesen Julian fühl ich gar nicht. Mehr. So, erstmal als Erklärung für alle, die nicht wissen, was eine Treadwife ist. Treadwife ist die Abkürzung für Traditional Wife, also traditionelle Ehefrau. Und bei diesem Trend, über den sie in diesem Artikel hier... Das ist doch gut, man. Es wär gut, wenn dieser Trend mal wieder ein bisschen mehr wird. ...handelt es sich um Videos wie dieses hier. Eigentlich hat sie es ja viel besser als er. Sie darf backen. So, jetzt aber Tempo. Bald wird Peter da sein mit einem Bärenhunger. So, Peter and in Man, Alter, wir sind drin. Bald wird Peter da sein, oder ich küsse doch dein Herz. Und Los war schon dabei und Peter auch. Wir sind richtig hier. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? So. Was soll ich herziehen und was soll ich kochen, Digga? Ja, Digga. Da ist der Lauflo glücklich, Bruch. Tja, schön wär's. Nix da. Also ich hab jetzt dieses Video als Beispiel genommen. Es gibt aber auch noch andere Influencer, wie zum Beispiel Ballerina Farm. Da sind dann auch üblicherweise noch Kids dabei. Also nicht nur Stay-at-home-Wife, sondern vor allem Stay-at-home-Mom-Lifestyle. Geil, Digga, feier ich. Die Tread-Wife hier, die heißt ST Williams, erklärt uns nochmal genau, was eine Tread-Wife eigentlich ausmacht. Also, Öhrchen aufgesperrt und... Ich hab das Gefühl, es geht wieder zurück in Richtung traditionell so. Also ich glaub, dass dieses Feminismus-Thema wird noch seinen Peak erreichen oder wir sind grad am Peak angekommen und immer mehr Mädels werden merken, dass das ganze Thema eigentlich nicht gesund ist für Familie, für die Frauen selber und ich glaube, wir werden uns wieder ein bisschen zurückbesinnen auf die traditionelle Rollenverteilung und auch generell dieses traditionelle Menschsein, so was auch in unserer Biologie verankert ist, so ein bisschen, weißt du? Diese sozialen Konstrukte, die hören sich alle auf Papier immer sehr nice an, so. Und dabei vergessen wir aber, dass wir halt auch einfach eine Biologie haben und über Tausende und Millionen von Jahren schon programmiert sind und diese sozialen Konstrukte nicht unsere Biologie verändern werden, so. Deswegen alles schön und gut auf Papier, aber ich glaub, wir Menschen, sag ich dir ehrlich, wir brauchen gar nicht so viele so viele soziale Konstrukte, die uns vorschreiben, wie wir zu sein haben oder wie wir nicht zu sein haben. Wenn wir einfach auf unsere Natur hören würden, dann würde alles laufen, weißt du? Weniger Beeinflussung, mehr Natürlichkeit. Das ist das, was ich auf jeden Fall, wo ich appelliere. Zuhören! Number one, embracing ultra-traditional gender roles into your marriage. The man, he is the provider, the main breadwinner, he goes out of that house and works. The woman, the wife, she is the homemaker, she takes care of the home, she takes care of herself and she does the cooking and the cream. Kleid sieht schon irgendwie süß aus. So. Ja. Bruder, es ist einfach Fakt, Digga. Wenn die Frau happy ist und gute Vibes hat und nicht so gestresst ist, dann ist der ganze Vibe zu Hause auch anders. Weißt du? Weil die Frau ist nun mal diejenige, meiner Meinung nach, die so die Vibes maßgeblich vorgibt. Weißt du, wie ich meine? So. Ich weiß nicht. Die ist das, ein Mann baut das Haus oder sorgt dafür, dass das Haus gebaut wird und die Frau füllt es mit Leben. So. Als ich das erste Mal eine Freundin hatte, also wo ich meine Freundin hatte, habe ich zum ersten Mal eine Wohnung gehabt, die richtig schön so, richtig geil eingerichtet war und richtig schön mit Liebe und so. Die hat mir dabei extrem geholfen. Alleine als Typ, meine Wohnungen vorher waren immer Trash, Bro. Trash. Da war kein Leben drin, da war keine Liebe, da waren keine Vibes. Frauen bringen die Vibes, diese Energy, diese Liebe, diese Spiritualität und diese ganzen Sachen. Und deswegen müssen wir Männer auch Frauen beschützen vor Stress und vor zu viel negativer Energy und so. Und deswegen stimme ich dazu. Also ich würde gerne dafür sorgen, wenn es irgendwie möglich ist, dass meine Frau nicht so viel Stress haben muss und für die gute Energie sorgen kann, sodass ich dann rausgehe, Stress habe, Geld verdiene, mich mit der Welt auseinandersetze und dann nach Hause komme und schön Liebe, schön positive Vibes, schöne Ruhe bekomme von meiner Frau, von meinen Kindern. Weißt du, so. Keine Ahnung, das ist so Traumvorstellung für mich. Also ziemlich altbacken, tut so aber ja erstmal niemandem weh, vorausgesetzt natürlich Männlein und Weiblein entscheiden sich aus freien Stücken dafür oder dagegen. Das ganze Phänomen Treadwife und das dazugehörige Hashtag kommen ursprünglich aus den USA, angefangen hat das Ganze laut Wikipedia Ende der 2010er Jahre und Holger, das wird dich jetzt glücklich machen, hier beim Wer ist eigentlich Holger, Digga, der Cutter, war? Überhaupt nicht links eingefärbten Informationsportal Wikipedia steht Aber die Arbeitslosenquoten drängen alle zur Arbeit, Frau wie Mann. Wie gesagt, das ist eine Traumvorstellung, die ich habe und ich sage auch nicht, dass meine Frau also im Optimalfall gar nicht arbeiten soll. Das ist gar nicht das, was ich hier meine. Ich will halt der der sein, der mehr Geld verdient und der sich kümmern kann finanziell und wenn die Frau natürlich auch noch mit was dazu verdient und vor allen Dingen happy ist mit dem, was sie tut, dann ist das so meine Traumvorstellung. Und mir ist bewusst, dass es heutzutage nicht mehr einfach ist, als Mann überhaupt eine ganze Familie zu versorgen. Und es ist auch bewusst so gemacht worden. Meiner Meinung nach, dass die Frau auch so krass in den Arbeitsmarkt integriert wurde, nicht nur wegen Freiheit und Feminismus und so, sondern weil einfach eine weitere Arbeitskraft mehr Geld verdient und mehr Geld ausgibt, sodass die Leute, die hinter diesen ganzen Firmen stecken, noch mehr Geld verdienen. Ich zitiere, verschiedentlich wird Treadwives eine inhaltliche Nähe zu rechtsextremen und antifeministischen Ideologien vorgeworfen. Digga, alles, was traditionell ist, alles, was biologisch so verankert ist, ist jetzt mittlerweile rechtsextrem und antifeministisch. das ist so krass. Haben die nicht sogar mal gesagt, dass ins Gym gehen rechts ist? Bro, die Bruder jetzt. Ding Dong! Da ist es wieder das allseits beliebte Rechtsframing. Deshalb warnen also Experten vor diesem Trend. Die Frage, die ich mir da stelle, ist, merken die noch was? Ich würde sagen, sich als traditionelle Hausfrau zu inszenieren ist deutlich harmloser, als sich beispielsweise dazu zu entscheiden, einmal pro Jahr sein Geschlecht umzuändern. Facts. Also ich sage auch, sich als traditionelle Hausfrau zu präsentieren im Internet und auf Social Media ist auch ungefährlicher, als dieses ganze Boss-Bitch-Getue. Only Fans machen, sich umoperieren lassen und einfach nur whole sein so. Meiner Meinung nach hat das langfristig mehr Nachteile für die Frau, als sich als traditionelle Frau hinzustellen und das zu propagieren. Und uns vor diesem Trend Holger jedenfalls nicht, oder? Nö. Was ich damit sage ist, es ist schon krass, was eine Frau, die sich dazu entscheidet, zu Hause zu bleiben und sich ihrer Familie zu widmen, in manch einem auslöst, während andere, doch sehr viel extreme Respekt drin, mittlerweile praktisch unkommentiert stattfinden. Das Deutsche Institut für Sozialwirtschaft schreibt, Treadwives, ein besorgniserregendes Symptom der Gegenwart. Krass, Bruder, guck mal. Die merken, dass der Trend wieder Richtung Traditionalität geht und müssen direkt gegenarbeiten. Mit Regenbogenflaggen, Weltkarte und so ein Spruch hier. Brigitte schreibt, warum werden in den sozialen Medien wieder, und jetzt Achtung, Heimchen am Herd gefeiert? Puh, das ist schon infarm. Eine dermaßen unfeministische und Frauen und Mütter verachtende Bezeichnung und das aus... So. ...rechnet von einem Magazin für Frauen. Das zeigt doch nur wieder, wie verdreht die Feminismus-Debatte mittlerweile geführt wird. Ich meine, Heimchen am Herd. Mensch, das muss dieser Feminismus sein, von dem immer alle sprechen. Oder verstehe ich da was falsch? Auch sehr interessant. Hier in der Schlagwort-Suche zum Treadwives-Artikel der Frankfurter Rundschau wird einfach ganz unverblümt rechtsextrem angeführt. Damit man gleich weiß, womit man es zu tun hat. Hey, hey, hey. Die Tagesschau schreibt, dass sich hinter dem Treadwife-Trend eine Ideologie versteckt und die Zeit setzt dem Ganzen dann noch die Krone auf und sagt, Treadwives sind entweder rechte Antifeministinnen, was denn nun? Ich dachte, rechts und Antifeminist ist sowieso das Gleiche. Egal. Oder man soll sie als erotische Subkultur verstehen. Erotische Sub... Was erzählen die hier? Leute. Ich breche zusammen bei so viel feministischer Frauenfeindlichkeit. So. Jetzt haben wir viel Framing gehört, aber was wird... Ich suche eine Treadwife. Also gibt es hier Treadwives im Chat? Falls es welche gibt, auch draußen auf YouTube, sagt mir gerne Bescheid. Lovelock ist langsam bereit. So. Alle traditionellen Mädels DM mit den Mann, Alter, ich bin da. ... nun ganz explizit am Treadwives-Trend kritisiert. Eine Sache steht im Vordergrund, nebst der Tatsache natürlich, dass Hausfrauen und Mütter generell einfach rechtsradikal sind. Und zwar die Sorge, dass die Frau wieder entrechtet und diskriminiert wird. Und wisst ihr was? Das ist ein Punkt. Das ist sogar ein gerechtfertigter Punkt. Vor allem die erste und die zweite Welle der Frauenbewegung haben wahnsinnig viel dafür getan, dass Frauen heute die gleichen Rechte haben wie Männer. Und das ist auch gut so. Und da stehe ich voll und ganz hinter, also hinter der ursprünglichen Idee des Feminismus. Gleichberechtigung. So. Aber gerade deshalb muss ich leider sagen, eine entscheidende Sache haben die bisherigen Wellen des Feminismus eben nicht geschafft. Und das sehen wir vor allem an der dritten Welle des Feminismus. Sie haben uns nicht beigebracht. Müsst ihr direkt bei Tinder angeben. Ich sag dir ehrlich, als Frau, wenn du angibst, traditionelle Frau bei Tinder in die Bio rein oder bei Bumble oder was auch immer so, hast du definitiv mehr Chancen, was Ernstes zu finden als ähm ja andere Dinge, die die Mädels so in ihre Bio reinschreiben. Welche Werte zu feiern heißt Weiblichkeit, Mutterschaft, das ist großartig. Warum feiern wir das nicht? Die meisten der angeblich so feministischen Woke-Anhänger können heute nicht mal mehr sagen, was eine Frau überhaupt ist. Ist so. Ich erinnere euch an diese Umfrage, die ich euch jetzt hier zeige, die ich vor einiger Zeit auf einer Feminismus-Demonstration gemacht habe. Hat die die Umfrage durchgezogen oder was auch? Ich atme nicht. Ich auch. Eine Frau. Oh Gott. Das finde ich sehr schwer zu beantworten. Gute Frage. Chat, was ist eine Frau? Gib mal rein jetzt. Oh mein Gott. Eine Frau ist ein Mensch, der sich so definiert. Alle Menschen, die als definieren, Alter. Sollen wir morgen mal Frau spielen, Freunde? Himmel, Arsch und Wolken. Eine sehr starke Person, egal mit welchem Geschlechtteil geboren. Digga, wie wäre es einfach mit Frauen haben Brüste und Vagina und Männer haben Penisse? Eigentlich eindeutig, oder? Biologischer Sicht würde ich sagen, ist es ein Körper mit einer Vulva. Ja. So. Jetzigen Diskurs kommt auf jeden Fall dazu. Es muss nicht das biologische sein. Genau. Es hat auf jeden Fall nichts damit zu tun. Nee. Nee, Digga. Nee, 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 nee. Das ist ja voll weit hergeholt. Wie jetzt biologisch? Das hat doch nichts damit zu tun, bruv. Kinders. Was soll das denn damit zu tun haben, was du für Geschlechtsteiler hast, ob du ein Mann oder eine Frau bist? Crazy, dass wir da hingekommen sind, ne? Jede Person kann sich mit welchem Gender auch immer identifizieren und wer bin ich, das zu beurteilen? Man weiß nicht, ob man weinen oder lachen soll. Irgendwas dazwischen oder einfach beides gleichzeitig. Was ist eine Frau? Kann keiner mehr beantworten. Es hat auf jeden Fall nichts mit dem biologischen Geschlecht zu tun. So viel ist schon mal klar. Genau diese Frage haben die auf TikTok in Marokko gestellt. Die Menschen waren confused as fuck. Geil. Hey, Bro, ich muss die Umfrage auf jeden Fall fertig machen. Ich hab die ja auch gemacht hier in Mexiko. Auch eine sehr spannende, interessante Geschichte. Ich hab dann auch gleichzeitig die Mädels gefragt, die gesagt haben, jeder, der sich als Frau identifiziert, ob ich auch eine Frau sein kann. Das war schon lustig, die Antworten. Und diese Disbalance, diese tiefe, immanente Ablehnung von Weiblichkeit und die fehlende Anerkennung, die gerade auch durch Woke-Headlines wie den am Herd mehr als deutlich werden, die ist meiner Meinung dafür verantwortlich, dass es in gegenseitigen Abhängigkeitsstrukturen wie zum Beispiel einer Familie die Tendenz... Ich denke an was ganz anderes. Emotional, liebevoll, hab da eher Mama-Gefühle, was eine Frau ist. Jaja, das sind so Eigenschaften, weißt du, aber ich mein, was ist eine Frau, wenn mir jemand die Frage stellen würde, dann würde ich zum ersten Mal auf die Biologie gehen und sagen, eine biologisch... Ein Mensch, der geboren ist und biologisch eine Frau ist, ist erstmal eine Frau. Und dann kommen natürlich Eigenschaften dazu noch, ne, liebevoll, caring, nurturing, spirituell, vibes, das was ich vorhin erklärt hab, weißt du wie ich meine? So, das kommt dann natürlich auch obendrauf. Dass Frauen in ihrer Rolle unterdrückt werden, also nicht die Rolle an sich, sondern die Tatsache, dass wir so schlecht über Mütter und Frauen und Weiblichkeit denken. Es wird eine Mutter doch nicht empowern, wenn du ihr sagst, du bist nur etwas wert, wenn du dich unabhängig machst, nebenbei 90 Projekte hast und dein Leben sich nicht nur um die Kinder dreht. Es wird eine Mutter viel mehr empowern, wenn du ihr Wirken als Mutter wertschätzt. Das ist für mich auch richtiger Feminismus, wenn wir die Rolle der Mutter auch mal wieder ein bisschen mehr stärken und das respektieren und nicht sagen, dass du weniger wert bist, wenn du nur Hausfrau und Mutter bist, was für mich eigentlich einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Job in der ganzen Menschheit ist. Egal wer was macht. Man kann auch keinen Mann mithalten, egal wie viele Millionen, Milliarden Euro der erwirtschaftet oder was der erfindet. Frauen sorgen dafür, dass die Zivilisation weitergeht. Das ist heftig. Das ist göttlich. Bro, das muss beschützt und protected werden. Deswegen sage ich auch, es ist richtig so, dass wir am Ende des Tages auch Frauen beschützen müssen und sollen. Weil die gehören beschützt, weil die sind crazy. Wie auch immer das aussehen mag, das gibt ihr die Kraft und die Freiheit, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es für richtig hält. Und wenn das heißt, dass sie für ihre Kinder und ihre Familie da sein möchte, den Haushalt machen, die Wäsche waschen und kochen, ist das doch toll. Mein Gott, lasst sie doch. Ich meine, seien wir mal ehrlich, dass beide Arbeiten bedeutet in der Gesellschaft, wie wir sie gerade haben, dass unsere Kinder permanent fremdbetreut sind. Finde ich eischend. Ist so. Gar nicht mal so geil. Wenn ich ehrlich bin. Und wenn ich es mir leisten könnte. Wenn du da noch guckst, was teilweise in den Schulen Kindergärten gerade so Einzug nimmt, dann muss man da auf jeden Fall skeptisch sein. Ich finde das auch nicht so geil. Wäre ich absolut dafür, dass einer gar nicht... Also ich würde auch bevorzugen, dass mein Kind die meiste Zeit seines Lebens, gerade in den ersten Jahren, mit jemandem aus der Familie verbringt. Damit unser Mindset, unsere Vibes, das, was wir sind, auch übertragen wird in das Kind und nicht das, was Leute von außen dem Kind eintrichtern. Ich oder beide Elternteile Teilzeit arbeiten. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wäre ich als Mutter definitiv lieber zu Hause geblieben am Anfang. Die Mutter ist nun mal biologisch näher am Kind. Sie hat das Kind in sich getragen. Sie hat das Kind geboren. Sie ist diejenige, die stillt. Vorausgesetzt natürlich, es geht. Ich möchte niemandem auf die Füße treten. Rechtsradikale Propaganda. Ist halt auch einfach so, ne? Das Kind ist neun Monate lang in dem Bauch der Frau. Da ist eine ganz andere... Ich sag nicht, dass der Vater keine Verbindung zu dem Kind hat, aber das... Ich kann's mir nur vorstellen. Ich weiß es ja nicht, aber ich glaub, dieses neun Monate alleine im Bauch das Kind zu tragen und so heranwachsend zu fühlen, weißt du, das ist in dir drin. So. Das gibt dir natürlich eine extreme Nähe zum Kind. Ne? Was ist hiermit? Holger. Really? Ich würd mich jetzt nicht unbedingt als religiösen Menschen betrachten, aber wollt ihr euch wirklich mit der Schöpfung anlegen? Ich mein, you're fucking with biology here. Was ist das für ein fehlgeleiteter Gottkomplex, den ihr Wokies euch da antrainiert habt? Männer sollen aber auch Kinder kriegen können. Edge. Absolut intoler- Papi, hast du einen Kind im Bauch? Nein. PenisträgerInnen, na, Mann? Lieber... Out, sitzt PinklerInnen, ja, Mann? Und? Sky? Eigentlich narzisstisch übrigens auch. Nazi. Äh, ja, und viele Monate davor im Sack des Vaters. Ja, okay, Bro. Ja, okay, Digga. Als ob wir das jetzt spüren, das Kind in unserem Sack. Wie das heranwächst. Bro, das kannst du auch nicht vergleichen. Und ihr wundert euch, dass die Gen Z sich vom bestehenden Progressivismus abwendet und nach Rechts rückt. In diesem Artikel hier werden dieser Rechtsruck und der Hausfrauenboom mit den Krisen der letzten Jahre begründet. Sehe ich tatsächlich aber ganz anders. Ich sehe eher die Abkehr von Ursprung und Biologie als Auslöser und sogar auch als Brandbeschleuniger. Ich würde ja nicht mal mehr sagen, dass die Gen Z unbedingt konservativer ist. Die Tengenz geht vielleicht einfach wieder dahin, sich mehr an Wahrheiten und an Biologie zu orientieren. Das kannst du heutzutage nicht mehr sagen. Da bist du toxisch-rechter Verschwörungsmystiker. Nein, oder? Wir hören jetzt mal in einen Podcast rein von Sascha und Jule Lobo zum Thema Treadwives und die Gefahren, die das so mit sich bringt. Sascha Lobo sagt dazu das hier. Und der Punkt, der für mich wichtig war mit am Anfang und das war auch so... Die sind ja süß, Digga. Stabile Frisur, mal jut's da. Sofort, so eine Anti-Reaktion. Ich habe relativ häufig fast wörtlich gehört von Treadwives und zwar auch von deutschsprachigen Ich bin ja dafür da, meinen Mann glücklich zu machen. Und das ist... Das ist toxisch, Digga. Also wenn eine Frau das sagt, ne... Bro. Wie wäre es, wenn wir beide das wollen? Wie wäre es, wenn der Mann die Frau glücklich machen will und die Frau den Mann glücklich machen will und man in einer glücklichen Beziehung lebt? Ist das so schlimm? Eine der ältesten patriarchalen Erzählungen, die... Frau ist in einer Partnerschaft nur dazu da, sich um die Familie zu kümmern und den Mann glücklich zu machen und den Mann zufrieden zu stellen. Also so eine Art Patriarchat heißt ja einfach, dass der Mann eine Art Dienerin im Haus hat und zwar eine Dienerin Tschüss, der übertreibt voll, ja. ihm zur Verfügung steht. Und diese Erzählung, die ist ganz, ganz nah an ganz vielen von diesen Treadwife-Ideologien dran. Unglaublich wichtiger Punkt, weil das Einzige, was einander dienen toxisch macht, sind auch hier wieder Disbalance und fehlende Wertschätzung. Genau so ist es. Ein richtiger Mann, der wirklich ein Mann ist, der respektiert seine Frau, der liebt seine Frau und der möchte auch, dass seine Frau glücklich ist. Das beruht auf Gegenseitigkeit. So. Ganz einfach. Problem ist nicht, die Frau, die ihrem Mann und ihrer Familie dienen will. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das Wort dienen generell nicht in diesem Kontext, weil es schon mit sehr viel Negativwertung aufgeladen ist. Dabei ist es ja eigentlich etwas sehr Schönes geben zu wollen. Ja, ja, das ist auch die Natur so bisschen, weißt du. Ich weiß, dass meine Ex- innen zum Beispiel, ich kann nur das Beispiel machen. Oder meine Oma zum Beispiel, beste Frau, Grüße gehen raus, ich liebe dich. Die liebt das, wenn wir zu Besuch sind, uns irgendwas zu machen, so was zu essen zu machen oder irgendwie sich um uns zu kümmern. Die drängt sich mir teilweise richtig auf, so. Ey, soll ich deine Wäsche waschen? Ey, du hast hier ein Loch in der Hose, kann ich das stopfen? Weißt du, ich meine, das ist richtig so, das ist so, die möchte das. Und die fühlt sich dabei richtig geil, die lacht dabei, die ist glücklich, die ist happy, so, das ist dieses Kümmern-Ding einfach so. Weißt du, wie ich meine? Das ist einfach drin, in manchen Frauen noch. So. Und meine Ex auch, die hat sich mega gefreut, wenn die mir was zu essen machen, Gott aber auch. Und dann ist es halt an uns, an uns Männern dann auch Liebe und Wertschätzung dafür zu zeigen und das nicht als selbstverständlich zu sehen und dafür Danke zu sagen und zu sagen, ey, voll geil und so, voll schön, schmeckt voll geil, was auch immer so, weißt du. Problem ist nur, wie schon vorher gesagt, dass die Frau in diesem Negativ- Szenario zu wenig Wertschätzung bekommt. Nicht nur durch einen Mann, sondern... Das ist ja auch Liebe, sich zu kümmern. Ja, ist so. Genauso ist es auch Liebe für einen Mann zum Beispiel, wenn wir essen gehen oder irgendwie so, dass ich dann bezahle so. Weißt du, wie ich meine, dass ich mich kümmere um meine Frau, dass sie sich auch finanziell keine Sorgen macht. Ressourcen erwirtschaften, damit es meiner Familie gut geht, ist für mich als Mann extrem auch Liebe. Weißt du, so zeigen wir auch Liebe, dass wir uns kümmern, dass die Frau sich auf uns verlassen kann, dass wir so ein Fels in der Brandung sind, eine starke Schulter an die sie sich anlehnen kann. Das ist auch Liebe. Und so hat jeder seine Art und Weise, wie er Liebe zeigt. Vor allem auch durch die Gesellschaft. Ihr wird also nicht gedient. In meinen Augen ist die perfekte Partnerschaft, vor allem mit Kindern, eine, in der alle einander und damit dann auch sich selbst dienen. Und das Toxischste, was man da machen kann, ist permanent diese absolut realitätsferne Idee der unbedingten Unabhängigkeit hochzuhalten. Leute, wir brauchen Abhängigkeiten. In dieser Gesellschaft sind wir alle voneinander abhängig. Jeder hat seine Jobs, seine Aufgaben, seine Zuständigkeitsbereiche. Das sind Rollenverteilungen, um als Gemeinschaft zu funktionieren. Ich frag euch also, warum sollte das in der Familie oder in der Ehe anders funktionieren müssen? Bruder, das einzige Problem ist, wenn du dich von den falschen Menschen abhängig machst. Weißt du? Du musst halt bei der Auswahl deines Partners die richtige Entscheidung treffen. Wenn du einen richtigen, als Frau einen richtigen Mann gefunden hast, der wirklich alles dafür tut, dass du glücklich bist und für dich jeden Tag sterben würde, dann ist es nicht schlimm, wenn du dich teilweise von ihm abhängig machst. Weil der wird sich bis zum Tod um dich kümmern. Ein richtiger Mann. Wenn es dein echter Partner ist, der für dich bestimmt ist. Rollenverteilung, wie auch immer man die dann umsetzen und wie man die auch aufteilen möchte, sind notwendig. Wir müssen aufeinander bauen können, weil halt nicht jeder alles machen kann. Die Rechnung geht sonst nämlich meistens auf Kosten unserer Energie und unserer seelischen Gesundheit und das sieht dann ungefähr so aus. Das, was ich jetzt sage, ist das Unfeministischste, was ich jemals sagen werde. Und ich will wirklich nicht so sein, aber ich wünschte, ich werde eine Hausfrau. Ich kann das einfach alles nicht mehr. Nicht falsch verstehen. Ich mag meinen Job und ich fühle mich auch so viel dafür, das zu sagen. Lasst mich ausreden. Lasst mich ausreden, bevor ihr anfängt, hier auszurasten. Ich habe es satt, jeden Tag zu arbeiten und dann noch den ganzen Haushalt zu schmeißen und zu kochen und dies und das. Und wofür? Am Ende des Tages habe ich trotzdem nicht viel Geld. Und ich mir so, wie geil wäre das, wäre ich eine Hausfrau jetzt und hätte einen Mann, der wirklich die ganze Zeit arbeitet und das Geld nach Hause bringt. Siehste, sogar die Hardcore-Feministen sind auf den Trichter gekommen. Und ich mache. Ich sage ehrlich, ich glaube, das wünscht sich jede Frau. Sorry. Da lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster so. Aber ich glaube, jede Frau wünscht sich einen Mann, der sich um sie kümmern kann, wo sie nicht mehr unbedingt arbeiten gehen muss. Kann, aber nicht muss. Und sich auch mal zurücklehnen kann. Weißt du? Weil ich glaube halt wirklich, dass es wichtig ist, dass Frauen nicht zu krass gestresst sind, damit die ihre Weiblichkeit ausleben können. Ja, Digga. Wieso? Und ich koche? Weil ich koche sowieso. So. Und ich mach, ich schmeiß den Haushalt, weil ich schmeiß den Haushalt ja sowieso. Sag mir nicht, dass es verwerflich ist, dass ich gerne eine Hausfrau sein würde. Da dreht's aber ein bisschen hart durch, ne? Nein, es ist nicht verwerflich. Ganz ehrlich, wenn man eh alles sein darf, was man sein will. Fuchs, Maus, Baum, Frau, Mann. Dann ist es auch vollkommen okay, eine Hausfrau sein zu wollen. Obwohl. Ist schon krass. Oder, Holger? Hausfrau ist schon krass. Da schmeckt er wieder. Das Problem ist, ich sag das jetzt nochmal, dass wir in einer frauen- und mütterfeindlichen Gesellschaft leben und die meisten vermeintlich feministischen Maßnahmen der dritten Welle der Frauenbewegung heißt Selbstbestimmungsgesetz, Transfrauen im Frauensport, Hausfrauen-Bashing wie Heimchen am Herd zum Beispiel, die tun leider gar nichts für die Frau. Also kurzer... Negativ für die Frau, meiner Meinung nach, gerade langfristig gesehen. Feministischer Einwurf an alle angehenden Tradwifes da draußen. Wenn du ein... Wenn das so weitergeht, dann landen wir bald in einer Gesellschaft, wo die Frau in den Krieg eingezogen wird und die Männer sich verpissen können und zu Hause bleiben können. So. Ihr kennt doch dieses Video von der Titanic. Man and Children First. So. ...Wid du sein willst, go ahead. Du hast meine volle Hochachtung. Aber es geht nicht darum, dich deinem Mann unterzuordnen, sondern darum, deine Rolle als Mutter und Hausfrau hochzuhalten und zu zelebrieren. Lass dir nichts erzählen. Es ist stark, gefühlvoll zu sein. Es ist stark, emotional zu sein. Es ist stark, fürsorglich zu sein. Und es ist saustark, eine liebende Mutter zu sein. Facts. Ich liebe alle Mütter. Muttis, ich küss euer Herz. Ihr seid die geilsten. Familie ist Teamarbeit. Familie ist Teamarbeit. Das heißt, Mama, Papa, Kinder, Team. Wir müssen als Team funktionieren, sonst funktioniert gar nichts. Ich hoffe, das habt ihr euch alle angehört. Ich hoffe, ihr habt diese Worte verinnerlicht. Denn mit diesen Worten entlasse ich euch aus dieser Folge und freue mich auf euch nächste Woche. Bis dahin. Ich küss deine Zirbeldrüse. Starkes Video. Ich finde das ein sehr interessantes Thema. Deswegen haben wir darauf reagiert. Meine lieben Freunde auf YouTube, lasst mal gerne eure Gedanken zu diesem Thema auch in den Kommentaren, da ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet schön die Ohren steif. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Peace out.